Hallo, in diesem Video werden wir eine Datenbank-basierte App erstellen. Die App soll eine Liste mit Geburtstagen deiner Freunde anzeigen. Als Liste verwenden wir die sogenannte RecyclerView, welche die entsprechenden Einträge aus einer Datenbank lädt. Beginnen werden wir mit der Konfiguration des Room Frameworks, um Entitäten über sogenannte Data Access Objects aus der Datenbank zu lesen. Weiters werden wir uns die Funktionsweise der RecyclerView etwas genauer ansehen und einen Viewholder bzw. einen Adapter implementieren. Letztlich werden wir uns zum Testen der App über die ADB-Shell Datenbank-Einträge erzeugen. Nun wollen wir ins Android Studio wechseln und mit dem Projekt starten. Um das Room Framework nutzen zu können, müssen wir die Dependency für das Room Framework in unsere Gradle-File hinzufügen. Dafür gehen wir auf die Build-Cradle-File, genauer auf die Module-File. Dort finden wir die Dependencies, die für unser Projekt definiert sind. Wir können dort die Dependencies für das Room Framework einfach hinzufügen. Wir haben zwei Dependencies. Einerseits das Room Framework-Paket und einerseits die Annotationen. Als Version verwenden wir 1.1.1, was die aktuell stabile Version ist. Nachdem wir die Dependencies hinzugefügt haben, sehen wir, dass das Gradle-Projekt verändert wurde und eine Synchronisation durchgeführt werden muss. Mit Klick auf Sync Now können wir dies durchführen. Damit haben wir Room als Framework in unser Projekt integriert und können es jetzt nun nutzen. Nun können wir uns überlegen, welche Entitäten in der Datenbank verwaltet werden sollen. Für unser Projekt brauchen wir das Geburtstagsobjekt, mit dem wir den Namen Birthday geben. Für unsere Einträge in der Birthday-Datenbank oder in der Birthday-Tabelle brauchen wir einerseits den Namen von der Person, die Geburtstag hat, und einerseits das Geburtsdatum. Dazu erstellen wir uns eine einfache Java-Klasse mit rechter Maustaste NewJavaClass. Diese Java-Klasse nennen wir Birthday. Damit diese Klasse zu einer Datenbank-Tabelle, sprich einer Entität wird, müssen wir die Entity-Annotation verwenden, die wir aus dem Room-Framework integriert haben. Der nächste Schritt ist, dass wir die entsprechenden Attribute bzw. Tabellenspalten für das Birthday-Objekt definieren. Dazu haben wir einerseits den Name bzw. den Name der Person, die wir verwalten wollen, oder dessen Geburtstag wir verwalten wollen. Dies soll in einer Protected-Klassen-Variable vom Typ String und unter dem Bezeichner Name geführt werden. Des Weiteren wollen wir das Geburtsdatum repräsentieren. Dazu wollen wir jeden Bestandteil des Datums, also das Jahr, das Monat und den Tag in einer einzelnen Spalte niederschreiben, damit wir auch für die Sortierung hier in der Ausgabe unterschiedliche Möglichkeiten haben. Deshalb legen wir uns drei Attribute an vom Typ Integer, im ersten Fall das Jahr, im zweiten Fall das Monat, im letzten Fall den Tag. Nun brauchen wir noch eine ID für unsere Tabelle. Dazu legen wir uns ein ID-Attribut an vom Typ Integer. Dieses ID-Attribut müssen wir mit der speziellen Primary Key Annotation ausstatten, damit diese Spalte zu unserem Primärschlüssel in der Tabelle wird. Dazu gibt es die entsprechende Annotation Primary Key aus dem Room Framework. Diese Annotation können wir noch weiter spezifizieren, indem wir die Property Auto-Generate angeben. Das bedeutet, dass dieser Primärschlüssel automatisch in der Datenbank generiert wird und wir uns nicht darum kümmern müssen. Letztlich, um diese Birthday-Klasse abzuschließen, wollen wir für die entsprechenden Attribute noch Getter Setter generieren lassen. Dazu klicken wir mit der rechten Maustaste auf das Kontextmenü und wählen Generate aus. Dort wählen wir die Option Getter & Setter und wählen für alle Attribute, die in unserer Klasse sind, die Option aus, dass Getter & Setter generiert werden sollen. Mit diesem Schritt haben wir die Entity, sprich die Birthday-Klasse, abgeschlossen. Im nächsten Schritt benötigen wir das DAO-Objekt, das sogenannte Data Access-Objekt. Das ist ein Teil des Room-Frameworks, mit dem wir auf die Einträge in der Datenbank Zugriff haben bzw. mit dem wir auch Einträge in der Datenbank verändern können. Dieses Data Access-Objekt ist als Interface definiert. Das heißt, wir erzeugen uns ein neues Interface, wir gehen auf New Java-Class, wählen hier aber als Kind oder als Typ Interface aus. Den Namen vergeben wir mit Birthday DAO, Klick auf OK, erzeugen wir das Objekt. Das Birthday DAO muss auch entsprechend mit der Annotation DAO ausgestattet werden, damit das Room-Framework das DAO erkennt. Als nächsten Schritt müssen wir die entsprechenden Methoden erzeugen, welche eben für den lesenden Zugriff bzw. im nächsten Schritt dann auch für den schreibenden Zugriff auf die Datenbank verfügbar sind. Für diesen ersten Abschnitt in unserem Birthday Reminder-Projekt benötigen wir die Möglichkeit, alle Birthday-Einträge aus der Datenbank zu lesen. Dazu erstellen wir uns eine Methode, die eine Liste von Birthday-Objekten zurückgibt. Den Namen können wir frei wählen. Als sprechenden Namen verwenden wir dazu GetAllBirthdays. Damit diese Methode auch vom Room-Framework als solche anerkannt wird, müssen wir sie mit der Query-Annotation ausstatten. Diese Query-Annotation ermöglicht es uns, eine Select-Query, also eine Select-Statement in SQL anzugeben, welches im Hintergrund ausgeführt wird. In unserem Fall wollen wir alle Spalten, deshalb Select-Stern, from Birthday, in dem Fall ist das die Entität, die wir vorhin erzeugt haben. Und als Sortierung wollen wir erst nach dem Monat sortieren, aufsteigend, und dann nach dem Tag aufsteigend, unabhängig vom Jahr. So damit wir in der Liste alle Geburtstage nach Monat und Tag aufgelistet haben. Somit haben wir dieses Birthday-Dao für den ersten Schritt abgeschlossen. Als letzten Schritt brauchen wir noch ein Datenbank-Objekt, mit dem unsere DAOs generiert werden und mit dem wir zur Laufzeit die DAOs abfragen können, um auf unsere Daten zuzugreifen. Dazu erzeugen wir uns eine neue Java-Klasse mit NewJavaClass. Diese nennen wir AppDatabase. Es ist beliebig zu nennen, AppDatabase passt aber als Name hier gut. Als Superclass verwenden wir RoomDatabase. Das ist quasi die Oberklasse für alle Datenbank-Objekte, die mit Room erzeugt werden. Klick auf OK erzeugen wir diese Klasse. Da RoomDatabase selbst eine abstrakte Klasse ist und wir nicht alle Methoden selbst implementieren wollen, machen wir unsere AppDatabase auch zu einer abstrakten Klasse. Damit diese AppDatabase vom Room Framework entsprechend anerkannt wird, müssen wir diese mit der Database Annotation ausstatten. Diese Database Annotation braucht zwei weitere Konfigurierungen. Einerseits müssen wir alle Entitäten angeben, die von unserer Datenbank verwaltet wird und andererseits können wir eine Version für unsere Datenbank angeben. Die Entitäten, die verwaltet werden, sind in dem Fall nur das Birthday-Objekt oder die Birthday-Entität und die Version in dem Fall ist eins, weil wir die erste Version quasi hier erzeugen. Für die Entitäten muss immer die Referenz auf Class sozusagen angegeben werden und in den Annotationen müssen alle Schlüssel für die Annotationsattribute ebenfalls angegeben werden. Um diese App-Database abzuschließen, wollen wir noch eine Getter-Funktion erzeugen, um unser Birthday-Dao Interface quasi mit einer Implementierung durch das Room-Framework erzeugen zu lassen. Dazu erzeugen wir eine Methode, die das Birthday-Dao als Rückgabewert spezifiziert Diese Methode soll ebenfalls abstrakt sein, da wir keine Implementierung dafür erzeugen. Der Name dieser Methode kann frei gewählt werden. Wir verwenden Get Birthday-Dao Mit diesen Schritten haben wir nun auch unser Datenbank oder unser Datenbank-Objekt abgeschlossen. Für die Anzeige der Daten, welche wir in der Room-Database speichern, wollen wir die Recycler-View verwenden. Das ist eine Listenansicht, die eben unendlich lange Listen anzeigen kann, indem das einzelne Views, also Listeneinträge wiederverwendet werden. Auch diese Recycler-View ist nicht out of the box in ein Android-Projekt integriert, deshalb müssen wir diese Dependency zur Recycler-View mit angeben. Dazu wechseln wir wieder in Build-Gradle-File vom Typ Module und müssen dort die entsprechende Dependency angeben. Dazu machen wir einen neuen Eintrag für die Recycler-View. Das Projekt ist hier eben ein Android-Support-Projekt mit dem Namen Recycler-View und als Version verwenden wir 27.1.1. in dem Fall weil wir das Android-Projekt für die Version 27 kompilieren. Wenn ihr hier eine andere Version für euer Android-Projekt ausgewählt habt, dies ist hier oben ersichtlich, dann muss auch hier eine andere Version angegeben werden. Jedenfalls sehen wir wieder, dass die Gradle-File verändert wurde und wir auf Sync Now gehen müssen, damit diese Dependencies wie hier unten ersichtlich entsprechend geladen werden. Die Recycler-View wurde in unser Projekt integriert und wir können diese nun nutzen. Bevor wir in die konkrete Implementierung der Recycler-View gehen, wollen wir nochmals den Mechanismus, der hinter dieser steckt, besprechen. Das Ziel der Recycler-View ist es, dass Scrollen durch lange Listen, zum Beispiel durch Newsfeeds sehr effizient zu gestalten. Dazu werden Listen-Elemente, welche durch das Scrollen unsichtbar werden, nicht einfach verborgen, sondern als neue Listen-Elemente mit anderem Inhalt wiederverwendet. Am Beispiel der Geburtstagsliste wäre es so, wenn die Benutzerin nach unten scrollt, dass der Eintrag von Petra verschwinden würde. Der Eintrag würde jedoch nicht einfach verschwinden, sondern würden die Anzeigedaten des Listen-Elements verändert, eben mit dem Eintrag von Clara, und dann wiederverwendet und am unteren Ende hinzugefügt. Diesen Mechanismus nennt man auch virtuelle Scrollen, da das Scrollen nicht wirklich stattfindet, für die Benutzerin fühlt es sich jedoch so an. Um diesen Mechanismus in Android zu implementieren, müssen wir zwei Klassen bereitstellen. Einerseits einen View-Holder, welcher alle veränderlichen Bestandteile eines Listen-Elements repräsentiert, sodass die Wiederverwendbarkeit eines Listen-Elements gegeben ist. Andererseits ist der Adapter zu implementieren, welcher für die Arbeit der Veränderung der Listen-Einträge verantwortlich ist. Der Adapter ist auch direkt mit einer Datenquelle verbunden und übernimmt quasi das Übersetzen der Daten zu den View-Holdern, sodass die Anzeige korrekt stattfinden kann. Um die Recycler-View vollwertig zu implementieren, brauchen wir einerseits ein Layout für die einzelnen Listen-Elemente, wir brauchen den View-Holder und wir brauchen den Adapter. Beginnen wollen wir mit dem Layout, wir erstellen das neue Layout mit rechter Maustaste New-Android-Resource-File. Das Layout wollen wir Burstay-Item nennen. Als Ressource-Type verwenden wir Layout und als Root-Element verwenden wir Linear-Layout. Im Linear-Layout sollen zwei Text-Views angegeben sein, die einerseits im ersten Fall den Namen im Listen-Eintrag repräsentieren, dieser soll unter anderem fettgedruckt sein und im zweiten Fall soll das Geburtsdatum stehen. Wichtig ist noch beim Linear-Layout dass wir die Höhe ebenfalls mit Rep-Content angeben, da diese eben nur so groß sein soll wie der Inhalt und nicht über den ganzen Screen eingehen soll. weiteres Gestaltungselement wollen wir noch ein Bedding setzen von 8 dB so dass die Texte nicht ganz am Rand kleben sondern eine gewisse Einrückung haben. Damit haben wir eigentlich das Layout für das Listen-Element abgeschlossen. Im nächsten Schritt wollen wir den View-Holder erzeugen. Das ist die Java-Klasse die die veränderlichen Bestandteile des Listen-Eintrags repräsentiert. Dazu erzeugen wir eine neue Klasse mit New Java Class. Diese Klasse nennen wir Burstay Item Holder. Die Klasse soll von View von der Klasse View Holder erben, die als innere Klasse der Recycler View definiert ist. Mit Klick auf OK erzeugen wir die Klasse. Im ersten Schritt müssen wir für die Klasse einen Konstruktor erzeugen. Dazu gehen wir mit der rechten Maustaste auf Generate Konstruktor. Und im zweiten Schritt müssen wir zwei öffentliche Attribute erzeugen, welche unsere veränderlichen Bestandteile des Listeneintrags repräsentieren. Das ist einmal eine Textview, welche den Namen repräsentiert und einmal eine Textview, welche das Geburtsdatum repräsentiert. Diese beiden Elemente müssen wir auch initialisieren mit den entsprechenden Views, die in diesem Listenelement gesetzt sind. Das parent quasi, das gesamte Listenelement ist in dieser Itemview, die als Konstruktor Argument für den Burstay Itemview Holder gesetzt wird, übergeben. Aus diesem parent müssen wir die beiden Attribute Name und Burstay abfragen. Dazu können wir im Prinzip die Methode FindViewById verwenden mit den beiden IDs, die wir für die zwei Elemente in unserem Layout angegeben haben. Das sind einerseits Namelist Item und andererseits FindViewById BurstayListItem. Somit haben wir auch den ViewHolder abgeschlossen. Letztlich müssen wir nun noch den Adapter implementieren. Dazu erstellen wir wieder eine neue Klasse mit New Java Class. Diese neue Klasse nennen wir Burstay Adapter Als Elternklasse ist dort der Adapter anzugeben, der auf der RecyclerView definiert ist. Mit Klick auf OK erzeugen wir diese neue Klasse. Hier sehen wir schon, es gibt einige Methoden, die wir implementieren müssen, da dieser Adapter abstrakt ist. Bevor wir jedoch diese Methoden implementieren, können wir für den Adapter ein Generic angeben. Das soll genau dieses Burstay Holder Item sein, das wir vorhin implementiert haben. Dadurch sind einige Methoden mit Rückgabe und Übergabe Parameter entsprechend mit unserem Burstay Item Holder bereits ausgestattet. Wir verwenden eben diesen Shortcut und lassen uns die Methoden implementieren. Alle drei Methoden, die implementiert werden sollen, lassen wir uns implementieren. Die erste Methode, die wir implementieren müssen, ist die OnCreate View Holder. Diese Methode wird genau dann aufgerufen, wenn ein leerer neuer View Holder erzeugt werden muss. Für die Liste muss es eine gewisse Menge von View Holdern geben, die quasi immer mit veränderlichen Inhalten ausgestattet werden. Jedoch einige müssen eben mit leerem Inhalt initial erzeugt werden. Diese Methode soll dies tun. Dazu verwenden wir Layout Inflator, den wir mit dem Kontext des Parents, aus dem Kontext dieses Parents, das uns von dieser Methode übergeben wurde, initialisieren. Dieser hat eine Methode Inflate, die uns quasi aus einem bestehenden Layout, das wir definiert haben, eine Repräsentation in Java Klassen erzeugt. Wir wollen dieses Layout aber nur inflaten, ohne es zu rendern oder ein Parent Element anzufügen. Deshalb verwenden wir diese Implementierung der Methode. Das heißt, wir wollen dieses Layout mit dem Namen Birthday Item inflaten. Das Parent, das haben wir eben hier angegeben und wir wollen es nicht am Parent hinzufügen. Deshalb geben wir hier False an. Das Ergebnis dieses Inflation Prozesses ist eine View die eben genau das Listen Element repräsentiert. Diese Item View ist auch das Konstruktor Argument für unseren Birthday Item Holder, den wir hier an dieser Stelle erzeugen können. Die erste Methode, die quasi die leeren View Holder erzeugt, mit dem Layout, das wir spezifiziert haben, ist nun abgeschlossen. Die nächste Methode ist diese OnBind View Holder. Diese Methode bekommt einerseits eine Instanz eines Holders, der neu befüllt werden soll und einen Integer für eine Position übergeben. Die Position ist eine laufende Nummer, ein laufender Index, der quasi alle Inhalte der Liste spezifiziert. Diese OnBind View Holder Methode soll also bei diesem Holder die Daten aus einem Geburtstagsobjekt laden, damit diese dann im nächsten Schritt dargestellt werden können. Dazu brauchen wir aber im ersten Moment oder im ersten Ansatz noch eine Liste mit allen Geburtstagen. Dazu erzeugen wir uns eine List von Birthday Objekten, die wir Birthdays nennen. Diese Liste ist anfänglich leer. Um die Befüllung dieser Birthdays kümmern wir uns im nächsten Schritt. Uns geht es nun darum, den Birthday an der Position von dieser Position abzufragen. Das heißt, wir erzeugen uns ein neues Birthday Objekt, das genau an der Position Position in dieser Liste enthalten ist. Und dann sagen wir, auf diesem Holder, den wir selber definiert haben, gibt es zwei Views. Einerseits ist den Name, bei dem wir den Text setzen, der im Birthday Objekt mit GetName abzufragen ist. Und im zweiten Punkt setzen wir diesen Birthday Text View mit dem Geburtsdatum. Der Einfachkeit halber erzeugen wir uns das Geburtsdatum jetzt selber mit Get Day konkreteniert mit dem Monat. Wenn wir die App quasi internationalisieren wollen, müssten wir unterschiedliche Datumsformate unterstützen. In dem Fall unterstützen wir nur ganz einfach das deutsche Datumsformat. das quasi mit Punkt getrennt ist. Nun haben wir auch den Birthday Holder mit entsprechenden Daten belegt, die eben der Position entsprechen, die eben gerade in der Liste angezeigt wird. Letztlich gibt es hier noch diese Item Count Methode, die aktuell 0 zurückgibt. Das ist genau die Länge, die quasi in diesem Birthday List Element hinterlegt ist. Dazu sagen wir einfach Birthday Size, das würde quasi die gesamte Länge dieser Liste wiedergeben. Letztlich wollen wir uns noch einen Konstruktor für die Birthday Adapter Klasse erzeugen. Dazu gehen wir auf die rechte Maus, das ist der Generate Constructor. Wir brauchen keine Übergabe Parameter, so ein leerer Konstruktor. Dieser Konstruktor soll aus der Datenbank die Geburtstage laden und in diese List einfügen oder diese List quasi instanzieren. Dazu brauchen wir aber diesen DAO, den wir definiert haben. Der hat die Methode Get All Birthdays definiert. Das heißt, als Übergabe Parameter für den Konstruktor definieren wir diesen Birthday DAO und diese Birthdays List initialisieren wir genau mit dieser Methode Get All Birthdays. Somit sind die Datenbankinhalte in diese Liste gespeichert durch die dann entsprechend über die View Holder iteriert wird und in der Listenansicht quasi gescrollt werden kann. Damit haben wir jetzt eigentlich den Birthday Adapter abgeschlossen. Wir wollen nun die Main Activity wechseln. In der OnCreate Methode der Main Activity wollen wir einerseits die Datenbank, also diese App Database erzeugen und andererseits wollen wir die Recycler View entsprechend konfigurieren. Wir wollen mit der Erzeugung der Datenbank starten. Das Room Framework gibt uns einen Database Builder mit dem wir eine Instanz dieser App Database Klasse erzeugen können. Dieser Database Builder benötigt einerseits den Kontext den wir mit this übergeben um eine Referenz auf die aktuelle Aktivität zu geben andererseits brauchen wir eine Referenz auf unsere App Database mit dem Statischen Variable Class tun wir dies und letztlich brauchen wir einen Datenbanknamen den wir mit Birthday DB festlegen dieser Aufruf erzeugt uns einen Builder den wir noch weiter konfigurieren können wir legen fest dass Queries auch im Main Thread erlaubt sind in unserem Fall sind die Queries ja nicht sehr aufwendig wenn wir jetzt komplexe Queries hätten müssten wir quasi diese Queries in einen separaten Thread auslagern wir sparen uns diesen Schritt letztlich rufen wir noch die Methode Build auf um unsere App Database zu erzeugen diese App Database wollen wir auch entsprechend in einer Variable hinterlegen als nächstes wollen wir unsere Recycler View konfigurieren dazu fragen wir die Recycler View mit Find View by ID aus dem aktuellen Layout ab wir haben die Recycler View aus Burstelist bezeichnet die Recycler View hat zwei wesentliche Konfigurationen die wir durchführen müssen einerseits gibt es für die Recycler View unterschiedliche Layouts es gibt zur Auswahl eine klassische Liste oder ein Grid wir haben uns für eine List entschieden deshalb müssen wir den Linear Layout Manager übergeben an diese Set Layout Manager Methode und wir übergeben wieder den Kontext mit This zusätzlich benötigen wir quasi diesen Adapter den wir aufwendig implementiert haben da erzeugen wir eine Instanz von diesem Birthday Adapter den wir erzeugt haben als Konstruktor Parameter haben wir quasi angegeben dass wir diesen Birthday DAO übergeben und das tun wir auch somit haben wir die vollständige Implementierung unserer Birthday Liste mit Anbindung an die Datenbank implementiert Nun wollen wir das Projekt in einem Emulator testen Für den Test klicken wir auf das Play Symbol und wählen einen Emulator ohne Play Store aus damit wir später zum Debuggen auf die Datenbank über die Kommandozeile zugreifen können Ich starte den Emulator Die App ist am Emulator gestartet Wir sehen aber keine Inhalte dort hinterlegt Die Datenbank ist noch leer und wir müssen erst Inhalte in die Tabelle hinzufügen Um Daten zur App hinzuzufügen wollen wir uns über die ADB Shell auf dem Emulator einloggen und über die SQL Lite Schnittstelle Daten hinzufügen Dazu öffnen wir die Power Shell Über das Command ADB Shell können wir uns am Emulator einloggen Das Dollar Symbol zeigt uns dass wir nicht als Root User eingeloggt sind Um Abfragen bzw. Änderungen in der SQLite Datenbank von einer App durchzuführen müssen wir Root User sein Mit Exit verlassen wir die ADB Shell Mit ADB Root starten wir ADB neu und geben uns Root Berechtigungen für den Emulator Dieses ADB Root funktioniert nur für Emulatoren die ohne Google Play Store gestartet sind Wenn wir nun mit ADB Shell uns wieder an der Shell einloggen sehen wir dass hier die Raute als Symbol bzw. Prompt hinterlegt ist Dies sagt uns dass wir nun als Root User eingeloggt sind Wir wechseln in das App Directory über cd slash data data com.example birthday reminder das ist quasi der Paketname unseres Projektes Wir befinden uns nun im Projekt Ordner In diesem Ordner befinden sich neben anderen Ordner auch der Ordner wo die Datenbanken gespeichert werden Wir wechseln in diesen Ordner und dort sehen wir dass es die birthday db gibt und genau auf diese birthday db wollen wir uns einloggen Mit dem Command sqlite 3 und der Angabe der Tabellenname bzw. der Datenbank birthday unterstrich db können wir uns auf die Datenbank einloggen Nach Einloggen in der sqlite Datenbank können wir Insert Statements abgeben für die Tabelle Birthday in dem wir sagen die Spalten in die wir Werte eintragen wollen das ist einerseits Name Year Month und Day und dort wollen wir Values hinzufügen das ist einerseits wir wollen einen Namen angeben das sagen wir zum Beispiel Pauli der hat Geburtstag im Jahr 1985 Prozent 85 Prozent im Monat November und am Tag der Samen und 12 November mit dem haben wir quasi Prozent ein Insert Statement für diese Datenbank und haben es in die Datenbank eingefügt im nächsten Schritt wollen wir noch weitere Daten in die Datenbank einfügen um eben ein paar Daten zur Demonstration verfügbar zu haben nach erfolgreichem Einfügen einiger Daten über die Escolite Schnittstelle wollen wir die App neu starten wir wählen wieder den entsprechenden Emulator aus die App ist neu gestartet und wir sehen dass einige Daten in der Datenbank hinterlegt wurden und diese als Listeneinträge in diese scrollbare Liste hinterlegt sind damit haben wir den ersten Teil unseres Projektes abgeschlossen und wir können uns ansehen was wir als nächste Schritte implementieren wollen ansehen was wir denn